ein kleines update von unserem jepp der hier vor der tür wartet vor der paula und wartet dass er geschoren wird und seine sommerfrisur bekommt gell jeppi 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 ein lieber lachender großer hund mittlerweile ich weiß nicht wie viele jahre er hier drinnen ist ich kenne ihn seit 2015 und da war er schon da also er ist sicher er ist 2012 geboren und ja gell schatz will dich keiner dabei bist du so ein toller so ein toller jeppi ist das also hier ist unser jepp im deunröschenschlaf und die hälfte ist schon gemacht jetzt müssen wir noch den bauch die extremitäten der eine und und die andere seite da ist noch genug da richtige schäfchen gell man ja wenn wir das alles weg scheren dann kommen wir natürlich auch auf ganz tolle krallen drauf die an sony anschauen lassen würde und die paula macht das jetzt kurz und wieder schick mama mia eine super kralle ist das gell schatz ja also wird wieder ganz grund um erneuert also da ich jetzt hier alleine bin und niemanden habe der in mir halten kann und ich das handy dann quer halte ich versuche es ein bisschen so ja jetzt geht es okay also das ist unser wunderbarer jepp aufgewacht aus seinem dornröschenschlaf jeppi lass dich mal anschauen von vorne jetzt auch er schaut so knuffig aus knuffig nackig und knuffig wie ein kleiner frosch das wird ihr